Oh Gott Alter hab ich mich erschrocken Wo so What? Ich bin scheiße Aus dann bin ich cool Ach das war ein Remake Okay ich hab mich grad schon gewundert Ich hab mich grad schon gewundert Hä warum macht ihr denn sowas Mancher Jungler Alter da hab ich das Gefühl Wenn die nicht nach jedem Game 20 Nudes an den Gegner schicken An seine Mates Dann wundert mich das echt Hast du ja schon den neuen Deadpool gesehen Ja muss auch lachen Muss auch sehr viel lachen Das einzige Problem war Ich hatte halt so ein Typ im Kino Der war ein bisschen nervig Der hat ungefähr Der filmisch ist schon sehr lustig Und der hat Auch sehr viel gelacht Aber der hat eigentlich bei so ziemlich allem gelacht Und der hatte ungefähr diese Lache hier Und das ungefähr alle zwei Sekunden Und der saß direkt neben mir Weil wir uns sind hier macht euch hübsch Keine Ahnung Holy Kebab Ich hab dich mal im Bus getroffen Also das wird bei dir glaube ich nix Jetzt mal ehrlich Leute Was hat die Zinra gedacht was da passiert Ich bin tot Nein Diese Fotze von Olaf Hat mich echt gekillt Scheiße What? Der war doch drauf Alter Ich bin scheiße Oh Gott wie kann ich das missen Alter Ich bin so bad Ach du scheiße Du stirbst gleich Hol dir die Krabbe Ich hoffe das ist dein Kopf Ich hoffe das ist dein Kopf Ach du bist einfach so überambitioniert Bro weißt du Du kriegst ein Kill Machst einen guten Play Und dann Naja Warum springt der Rabe nicht über Oh ich bin so boosted Alter Oh ich bin so schlecht Ich hab eigentlich damit gerechnet Dass der Rabe überspringt Ach du bist einfach so überambitioniert Bro weißt du Sneaky sneaky Oh ich bin so schlecht Warum ist hier ein Tam Kench? Warum ist hier ein Tam Kench? War lieber nicht ey Boah Das Du meinst das war kalkuliert Alter Da hat er schon rausgeguckt, ey. Da hat er schon rausgeguckt aus der Hose. Halt ihn zurück und er schreibt auch nie was im Chat. Patrick hat heute schon wieder mit Lara Loft geflirtet. Ich wusste, da geht was. Hä, what the fuck, ey. Hey, Lara, ist doch deine Freundin noch nicht. Ja, ja, alle. Alle Frauen auf Twitter sind meine Freundin. Alle. Bitte? Hauptsache, die hat zwei Beine. Oh, Gott, ich bin so boosted. Oh, Gott, ich bin so boosted. Das ist von allen hinten. Ah, ist das lächerlich, Alter. Ah, Junge, ich lach mich komplett im Dreieck weg, ey. Also, da hat sich alles geändert. Sleeping Cola. Nein, mögt die? Nein, mögt die? Mögt die, wenn du, wenn du ein Mate bist, ne? Wenn du ein Mate bist. Fick dich, Alter. Ich krieg wieder vier Minions, oder? Ne, fünf krieg ich diesmal aus der Web. Ich kriege, Alter. Cheg, Alter. Ich krieg dann ja schon. Baby, Alter! Fucking RIP, Alter! Junge hab ich nicht. Waaaaat? Ich bin scheiße! Wow, Alter. Das hab ich nicht kommen sehen. Und da sagt der Karma immer zu mir, ich hab kein Material. Aaaaaah! Ich möchte ihn nicht mehr töten! Töte mich, Alter. Irgendjemand. Töte mich sofort. Ah, meine Augen! Au! Meine Augen, sie brennt, Alter! Oh, Gott, das ist schnitt. Musik What? Ich bin scheiße! So und da sagt der Karma immer zu mir Ich hab kein Material Oh! Hmm So jetzt muss es wieder gehen Alter ich weiß nicht was das gerade war Egal was ich eingestellt habe Mein Mikro war die ganze Zeit eingesteckt Und es wurde nicht von OBS erkannt Holy fuck man Ah ja ich finde mich lustig Ich finde mich sehr lustig Ehrlich gesagt Oder was hast du gesagt? Kein Flash? Was? Hat die Poppy gerade Ist die Q gerade durch die Poppy? Durchgeflogen? Und hat null Schaden gemacht? Dass ich eventuell gerade gegen die Wand gedächt bin Mit dem Gragas Hab keiner gesehen Bist schon mal verhaftet worden? Weil du Autos mit deiner Schönheit geblendet hast Wow Ihr seid solche Faggots Hehehe Hehehe Ich hätte vielleicht schon sollen Auch Geile sind immer so Weiß nicht Ich glaube Chris hat das in der Whatsapp Gruppe gepostet Da gab es auch so ein Mädel Ne Das hatte eine wirklich 10 von 10 Figur 10 von 10 Ne Die war ultra hübsch Und dann schreibt die so was unter ein Bild wie Body Positivity Endlich zufrieden mit meinem Körper Ich fühle mich wieder wohl Und du denkst dir immer nur so Hä? Junge Wenn ich mich daneben Setze ich aus wie ein Müllsack Alter Natürlich fühlst du dich wohl Na ich meine Wenn du dich dadurch besser fühlst Als Mensch Dann kannst du halt ja machen Tut ja keinem weh Aber ich finde dann einfach nur die Typen so albern Die darauf reinfallen Alter Das ist so Keine Ahnung Das sind safe auch die Die auf so E-Mails antworten Yo Bruder Der aserbaidschanische Prinz Der hockt im Knast Eine Million Und ich hab den frei Dann kriegst du 100 Safe sind das genau die Leute Die auf so was antworten Die dann zu ihren Eltern gehen Und sagen Ja Mama Hier guck mal Der ist doch serious Oder? Das ist legit Alter Das war so gut Allein das war es schon so wert Alter Dieser Doppel Doppel Sonja Das ist so insane Oh